Ja, der ein, der Andi, der Andi, verfolgt mich schon die ganze Zeit. Im Fernsehen sieht man den und im Internet und der schreibt immer so komische Sachen. Der ist irgendwie so wie Regen, atomare Regen, der aus dem Wortgewächte des Himmels fällt auf uns nieder, um euch zu beglücken.